Willkommen Leute zurück zur Herausforderung CNC Command Kauke Alarm Schubro 3 Letztes Mal haben wir hier das gemacht, abgehalftet Da haben wir General Hill mit seinen Kampfhunden besiegt Falls ihr verstehen wollt, wie das hier funktioniert, schauen wir mal in den letzten Part an So Jetzt machen wir hier das, Blutfehle Da kriegen wir Freischattung Archer Maiden Ich weiß auch nicht mal, was das für Frauen sind Das weiß ich auch nicht mehr Also ich habe hier die Kampagne noch nicht angefangen, damit ich das Sound das Play machen will Deswegen werde ich da weiter nicht anfangen Einmal gucken wir Oh, General Kenzi, Tenjai, Tenj, Kenzi, was weiß ich Wir können auch hier unsere neuen Kampfhunde mal austesten Im reicht aufgehenden Sonne klären Commander ihre Meinungsverschiedenheiten So wie Fragen der Ehre bei groß angelegten Kriegsspielen Eines dieser Spiele werden sich unterbrechen Schließlich wäre es auch für uns hilfreich, mehr bei den Taktiken und Militärtraditionen des Reichs zu erfahren Gemeinsam würden ihre Gegner eine Bedrohung darstellen Aber ihre Tradition verlangt es, sich niemals in ein Duell einzumischen Sollte erwürdig Commander Shinzo und sein eigensinniger Protegel Kenji sich doch erst gegenseitig schwächen Bevor sie sie beide nach Hause schicken Achso, sie kloppen so lange, bis wir nicht da Also sie kämpfen nicht gegen uns, bin ich gut Sie haben hier nichts verloren, Kaijin Das ist etwas zwischen Kenji und mir, verstanden Also mischen sie sich nicht ein Ja, wenn sie wüssten, was gut für sie ist, würden sie mir aus dem Weg gehen Nur zu, laufen sie weg Oh, cool Oh, zack, zack, zack Der Kampf zwischen denen Zack, zack, puf Und da sehen wir gewinnt Grün oder Orange Ich glaube, das ist da oben, ist Kate Ach komm, der kann mir einen Namen Der da oben ist Tanger, da unten ist Kenji oder wie So, die kloppen jetzt so ein bisschen Bau abgeschlossen Kommt mit Flugzeugträger und können die von hier unten einfach alles kaputt schießen Mit Redmots und so weiter Boah, das ist geil Neue Bauoption So, am Arbeiten Haben wir uns zur Verfügung Prospektor einsatzbereit Ähm Ach, das sind Archer Maiden Gucken wir mal nach Ach komm, scheiß drauf Ähm, also die kloppen sich hier erstmal eine Weile Boah, ist das hell Alter, schieß mal jetzt auch, ey Ähm Wart mal Prospektor einsatzbereit Der Erstabbauer Zukunft So Sofort Ähm Kann ich Winde Cater bauen? Das weiß ich gar nicht mehr Was kann ich denn überhaupt alles bauen? Wenn ich Winde mit Cater bauen kann, könnte ich die Ausrücke schlagen Weil ich glaube nicht so Soll ich mich ein bisschen umsehen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt schockt, ob ich denn da brauchen kann Nein, ich kann Apollo Jäger, aber das braucht niemand Kann ich das gleich wieder verkaufen Ähm Der Kommando Schenzo werden sich gegenseitig bekämpfen, bis sie angreifen Schlangen sie in Richtung Schöner Tag heute Ich könnte ja warten, bis sie sich gegenseitig irgendwann verlichtet haben Schöner Tag, rein aufzulöreig Irgendwann, in ein paar Stunden werden sie sich bestimmt irgendjemanden verloren haben Sofort So Ein Krass hier Und noch eine Versammlung Also ich mag hier die Erden so gar nicht Wird gebaut Achso, das ist ein Bordwurm Bau abgeschlossen Könnte ich mir mal gleich mal erobern, ne? Neue Bauoptionen Also Wir bauen hier einfach hier so große Armee, dass wir sie alle mit einem Schlagplatt machen Ganz leucht Wird gebaut Bau abgeschlossen Bau abgeschlossen Allzeit bereit Eins Wird gebaut Ingenieur einsatzbereit Ich seh mir die Pläne an Ich glaub sie laufen erstmal nur mit Archer Meden durch die Gegend, oder? Ausbildung Bau abgeschlossen Scheiße Ich hoffe mal, dass sie nur mit Archer Meden rumlaufen Ich hoffe, dass sie mich in Ruhe lassen Das sind ganz schön viele von denen Ja, sie haben diesen geschissenen Flächen angegriffen, die Archer Meden Ich hab dann noch ein bisschen klimatisch sauschen Aber ich mach's mit Transportern Und Panzer, ganz einfach Kampf bereit Bin unterwegs Bau abgeschlossen Wird gebaut Unterbrochen Abgebrochen Wird gebaut Ähm Ist das sowieso das einzigste, weil ich bauen kann Ich hoffe, sie bauen einfach keine Handschauen, sowas Und belassen es einfach bei Soldaten In der Fabrik kann ich sowieso nur die Flächen bauen und Das kann doch alles Die haben ja leider keine Bullfrogs 1, 2 Ich weiß, sie müssen drücken Ja, du mein Freund Statusbericht Hier, so ein Depp hier Bau abgeschlossen 10-4, Sir So, dann wieder Waffenkabrik Neue Bauoption Ein Panzer Erweiterte Freigabe Wie bei das denn? So, hier unten Ähm, 1, 2, 3 Wird gebaut 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 kann es also zweimal diese Menge bauen der eine geht hier hoch und damit der eine sich nicht weiterentwickeln kann gehen die anderen hier hoch ich glaube so war es das sobald der eine vernichtet wird dann reagiert der eine auf einmal Ok, wen soll ich zuerst abholen? Peacekeeper bereit das wollen wir ja nicht also ich will es nicht Wohin wir gehen rein und da rein Ok, wen soll ich zuerst abholen? Der Reizzer, wo ist das Problem? Wir wollen das ja mal ein bisschen verschnellern Der Reizzer, wo ist das Problem? Ok, wen soll ich zuerst abholen? Ihre Befehle? So Der Reizzer, wo ist das Problem? Hier geht da rein Bin auf Empfang Der Reizzer, wo ist das Problem? Guardian Panzer einsatzbereit Der Reizzer, wo ist das Problem? Ähm Die ganzen Panzer fahren wir hier hoch Der Reizzer, wo ist das Problem? Guardian Panzer einsatzbereit Taktische Einheit Und hier ist der Reizzer Peacekeeper bereit für Transport Und hier ist der Reizzer Unzureichende Mittel Ja, wir haben das hier Du durft mal Guardian Panzer einsatzbereit Und hier ist der Reizzer 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 Ne, warte mal Krono, 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 Wechsel, bereit Und hier ist der Reizzer Die Zone gehört mir Ja, das habe ich jetzt nicht erhofft Der war hier unten auch noch Ja, der kämpft nicht so lange ich mich nicht einmische Ich hoffe das geht aus so lange ich mich beschießt Aber man kann hier speichern Kann ich nicht Das hab ich jetzt nicht erwartet Oh, fuck der baut eine Waffenfabrik Unzureichende Mittel Der dabei war wortem wahrscheinlich auch eine Waffenfabrik Ne, bzw. hatte schon nie Aber bereit dass ich es nicht erwartet ich will die Waffen soll bis sich irgendetwas hier die Kopf angeschossen hat hey Mann geh in Position aber erstmal funktioniert das ja funktioniert muss ich einfach mal auspressen Ihre Befehle? Ihre Befehle? Ihre Befehle? Bin auf Empfang kein Javelin Javelin am Weg liegt an Verstanden Sir 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 äh wird mal es gehen genauso zack 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 Gavien Panzer Gavien Panzer ist bereit ich muss einen richtigen Moment erwischen ok die Einwürden hier hochfahren wo ist das Problem wo ist das Problem und ich würde dann hier unten konzentriert sein zumindest muss ich die hier oben schwächen bevor sie das machen können ich muss sie beide gleichzeitig attackieren ok Moment schießen sich die Köpfe ein der hier hat ja zum Glück nicht zu großes aufgebaut mhm 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 ich brauche ein bisschen mehr geld ich bin da ich bin da die Sammlung dann sammeln doch hier oben oder her der einsatzbereit der einsatzbereit einsatzbereit der einsatzbereit warten wir noch auf diese vier dann können wir schon loslegen taktischen planung gar nicht es sei denn ich kann da einfach hin sie haben das funktioniert er möchte dann um zu reichen sich das direkt mit gar nicht ich muss ich muss ausbildung ich beschließen sie mich ja noch nicht. Hier seid Team 1. Komm raus. Ihr seid Team 2. Team 1 geht hierhin. Team 2 geht hierhin. Mein Hund rennt mal ein bisschen voraus. Der wird nix eingreifen. Der wird jetzt mal einfach hierhin rennen. Und mal gucken, ob die beschossen werden. Wenn der nicht beschossen wird, dann kann ich sie ganz leicht vernichten. Ich hoffe mal einfach, dass er nicht angegriffen wird. Natürlich kann ich die jetzt direkt angreifen, wenn die jemand nicht tun wird. Also ich hoffe mal einfach stark, dass sie mich ignorieren werden. Tun sie bis jetzt. Zu weit, zu gut. Cryo-Schuss bereit. Tun sie auch nicht gut. Können wir irgendwie helfen, Sir? Feuer einstellen. Positiv, Sir. Guardian-Panzer. Feuer einstellen. Also sie sind immer noch in Lage, sich Platz zu fahren. Das ist das Problem, glaube ich. Das Platz. Gentlemen, fahren wir los. Aber ich werde sie alle mit einem Schlag vernichten. Wow, what the fuck. Wie lautet Ihr Befehl? Guardian-Panzer ist bereit. Was ist denn da? Ja, wovon gehen denn dann? Wie immer einsatzbereit. Ich lasse erst mal die ganzen Arc-Angel-Armee angreifen. Arc-Angel. Bevor ich mich selber, selber vernichte. An sie über. Also die kloppen sich sowieso erstmal. Die, die wollen wir ja auch nicht stören oder so. Lassen wir sie erstmal sich selber abschließen. Bitte nicht zwischen meine Fahrzeuge. Bitte nicht meine Fahrzeuge. Renn da weg, du blöde Pusse. Bitte stirb. Ignoriert meine Fahrzeuge. Mal sehen, wie der Ausgang ist. Wenn der Ausgang gut ist. Ich scheine sauber, aber ich glaube, die einen könnten wir sonst abschießen. Ach, kommt scheiße raus. Wie lautet die Affiliate an? Sie haben den Boss gehört. Können wir irgendwie allihen? Hier fällt jetzt einfach mal irgendwo hoch. Ups. Die haben die Ordnung dieser Schlacht durcheinander gebracht. Hatte ich sie nicht gewarnt? Ich fürchte, ich muss sie bestraft. Tja, wie du meinst. Eine Einheit wird angegriffen. Wie sie wünschen, Sir. Was kann ich für sie tun? Wie alle hat erkenne, hat immer alles. So. Was können wir für sie tun, Sir? Alles klar. Na los, na los. Die, 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 die. Darauf haben die Jungs schon gewartet, Sir. Den zeigen wir's. So, der hat jetzt schon keine Chance mehr. Völlig juckt. Die, 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 die. Die, die, die sind nicht mehr. Die, die sind nicht mehr. Sie nicht mehr. So. Mit Vergnügen. Ihr bitte auch. Der Kommander ist dran. Ja, na. Den zeigen wir's. Sind unterwegs. Seht ihr. Kein Kontakt. So. Ihr seid Team 2, ihr findet die Team, ihr seid Team 1, ihr geht zur Nacht mit Felix, so, verdammt, ihr verdammten Arschlöcher, ihr rennt jetzt mal hier hoch.